So, ich habe das jetzt mal gekriegt, kann das in der Rastellung abziehen und wenn ich es umgedreht habe. Seht ihr das? Und ich kann trotzdem hergehen, kann das Schloss einrasten lassen und kriege jetzt nicht mehr auf. Nur mit Schlüssel. Zack. Der ganz einfache Trick ist, da sieht man das, ich habe da einfach zwei, drei Rastenhausenlust. Da sind diese Dinger da. Muss man probieren. Schloss auseinanderlegen, manche Rastenhausenlusten, dann schließt das Schloss noch. Ist halt nicht mehr ganz so sicher, vermute ich mal. Aber, ihr seht, geht auf, Schlüssel geht ab, geht zu, Schlüssel geht ab. Und man kann es trotzdem theoretisch mit dem Fingernogel verriegeln und es geht nicht mehr auf. Auf, Schlüssel ab, zu, Schlüssel ab. Auf, Schlüssel ab, zu. Und man kriegt es immer auf. Erst, wenn man die Rasten durchtrennt, dann bricht man es wieder auf. Also, Funst.